... zur Vibration und zwar unsere tiefsten inneren Gefühle und dazu haben wir uns eine Band ins Studio eingeladen mit dem schönen Namen Throw That Beat in the Garbage Cane. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Throw That Beat in the Garbage Cane, meine Damen und Herren, Livemusik in der Kostbrücke, das Vibraphon, Stahlstabspiel in Klaviaturtonanordnung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017